Guten Morgen, vielen Dank, dass Sie wie Volks- und Reifeisenbanken den Weg freimachen. Dankeschön. Fünf bike, no limits, more human rights, for animals and people and children, sorry, excuse me. Ja, so schön kann die Welt sein, frühmorgens. Wenn so manche Kreaturen nicht stalken würden, nicht moppen würden und vor allen Dingen kein Bossing verursachen würden. Schattenmomente in Galakom, da zu wie, more human rights. Ja, man braucht jetzt Anwälte, um den Rechtsstaat wieder ins rechte Licht. Zurück hin. Herr Bossi ist nicht mehr da. Herr Richard Stumpf aus Forchheim, seinerzeit auch noch Präsident Landgericht Bamberg, ist nicht mehr da. Schade. Er hat mich programmiert, kann man schon sagen, was Recht angeht. Aber nicht, was billig angeht. Filmbike dreht ab, aber nur für eine bessere Welt, Entschuldigung. Guten Tag. Filmbike, no limits, for a better planet. Galakompa TV. Mit dem zweiten sieht man sicher besser.